Moit Und willkommen zu einem neuen Video Oh Gott, Sons of the Forest sagen, das ist schon länger her Hey Ja, CSGO Mal wieder schön im Silber 3 Eine Runde verlieren Ah ja, ich weiß nicht, ob es jetzt in einem anderen Video schon drin ist Bin wieder Silber 3 Durch eine wunderbare Niederlage Irgendwie, absteigen ist einfach Aufsteigen ist sehr schwer Aber wenn das Team redet, ist schon ziemlich gut Und MPC Konzentration, dann passt das schon Ja Gut, wir haben es geschafft Finde ich super Oh Mann, das kann nicht wahr sein Man versucht sich immer zusammenzureißen Aber wenn man CSGO spielt, muss man rumschreien Ist irgendwie so Naja, das schaffen wir schon Das war jetzt nur die erste Runde Ich hab noch nichts zu sagen Oh Den hätte ich da auch nicht erwartet Städtische Gefahr Richtig runtergeranzt, dieser Skin Nee, echt jetzt? Alter Ich wollte schon sagen Immer in die andere Richtung Hauptsache nicht beim Team mit Na gut, einer ist abk Nein Nein Alter Easy Da ist er ja Bei Farmers, Junge Was? Ah Ja Ja Bitte A gehen Denn wenn wir jetzt nicht A gehen Dann hab ich mir die APW umsonst gekauft Jetzt haben sie meinen Scope gehört Geil Mann Ah Komm Was ist das? Geil Der Team ist gut Alter, was mit ihm? Was? Hä? Äh, geht bei ihm ab Und Feuer Wo war mein Team? Äh Was tun sie dort? Nein, 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 nein Oh Gott sei Dank, na gut, das ist der gute Spieler Ja, ja, an einem schönen Beine Waffe Kannst's haben Geil 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 Ja, go Machen wir Was ist mit Grün? Ey Komm Habt ihr ihn jetzt getötet? Oder schnallt ihr das gerade nicht? Ich hoffe mal, der ist schon tot Ja, ist er Geil Geil Ja, was macht den Grün da überhaupt? Was ist los mit dir? Geiler Skin Hat was So, ich muss jetzt mal ein bisschen sparsamer vorgehen Jetzt mal B, bitte Alter, warum? Oh, was ist mit dem Typen los? Hilf mir, hilf mir, hilf mir Go away, go away, go away, go away, guys Check, right position, right position, check, 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 check Hey, go away, go away, go away, go away, go away Wait, wait, go away, go away Warum hat er diese Flash geworfen? Don't push, don't push, don't push Stay position, stay position Hai, hai, stay position Stay Steig, 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 steig. Ja, hätte er mir die Flash nicht in die Fresse geworfen, hätte ich vielleicht reagieren können. Aber... Nee. Alter, zehn Kills erst. Da müssen noch drei Nullen dahinter sein. Go, 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 go. Don't stop. Go. I'm checked back. I'm planting a bomb. Bomb has been planted. Gewonnen. Es war so schlecht und ich habe trotzdem... Also, wirklich. Es war gerade abgrundtief schlecht, was ich... Alter. Also, richtig schlecht. Ich weiß nicht, wieso. Okay, go, stay A. Go, stay A. This is A. This is A, guys. Grab your gear. Let's go. I'm sure. Okay, warum gehst du B? Fire the hole. Yo, es ist A. Okay, die Bombe. Ja, der Geile ist ja schon Sieg. Meet, 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 meet was, meet was, meet was, meet was, meet was. Ja, wir haben die Bombe, Junge. Ja, ich würde da nicht so reinpushen. Ja, ich hatte aber auch die komplett falsche Waffe für reinpushen. Ist ja die letzte Runde. Pushe ich jetzt auch nochmal rein. Ich würde ja nochmal ein paar Kills machen. Nein. Oh, es war so kurz vorm Ace. Mann. Good game, thank you. Ja, war ein sehr schönes Spiel. Geil. Top Spiel. Silver 3. Dreck. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.